Zum Spiel lud mich ne Freundin ein, bei ihr zu Haus ist schrecklich fein, hat sie zu mir gesagt. Ich sagte, nee, dann komm ich nicht, das Richtige ist das nicht für mich. Warum hat sie mich da erstaunt gefragt? Warum? Darum? Am liebsten spiele ich auf unseren Hof mit Helia, Hannelore und mit Frieda. Und an die Hauswand schreib ich, du bist doof, krieg ich auch keine, weil ich tu's immer wieder und kommt in Leierkasten, Mann, dann fang wir zu scherbeln an, auf unsern Hof, Zorsee in Berlin. Den Dreck, den nehm ich gerne mit in Kauf, am liebsten spiele ich auf unseren Hof. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.